Ich muss mal testen, wie die Waffen schießen, nicht dass ich dann in den Kampf komme und das nicht weiß, weil ich bin das ohne Erfahren. Ja, ja, Bros machen das so. Was? Bros? Was? Bros machen das so. Okay, Bruder. Marvin, hast du auf deiner Pistole eigentlich immer Schalldämpfer oder Bündungsdämpfer drauf? Das sind doch Schüsse, oder? Die Richtung. Ich hab den beim Ninja Turtle Drop schon gekillt. Ach, genau. Bei uns beschützt. Einfach Ninja Turtle Drop. Ach stimmt, Fabi, das kennst du wahrscheinlich noch gar nicht, gell? Nein. Jetzt gibt's diese Ninja Turtle Waffen als Special Waffen irgendwie. Ja, ich hab das nicht. Oh, leckter Blitz. Oh, Mann. Schmink. Da. Mach mal diesen Schub. Steps! Ja, für euch. Ja, die werden füllen. Das ist ja so gut gestört. Das ist ja so bravig. Ja. Die waren auf einmal neben euch. Irgendwann tunnen? Ja, ich hab ihn einmal tunnen und dann mach ich einmal tunnen. Das heißt, dass ich für jedes Training geht. Das ist furchtbar mit dem wirklich. Das ist furchtbar mit dem. Das ist gar nicht schön. Achso, Fritz meinst du? Ich dachte grad, du meinst, du hast grad beim Schießen getunnelt. Ja, das hab ich gestern angewundert, warum du gestern dich so aufgeführt hast beim letzten Tunnel von Fritz. Ja, weil ich eigentlich wollte, dass er mich nicht mehr tunnelt. Ja, wenn du schon so sagst, dann wird er es erst recht versuchen. Aber ich glaub beim... Mich hat er gestern sogar auch einmal tunnelt. Äh, Steps. Aber ich glaub, das ist der Bot. Dass wir halt kurz zuvor übelst die Chance hatten, Da hat er mich tunnet, und stoppt. Euer, 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 Euer. Oh meinst der mit mir wem, des dann immer noch zuvor? Oh meinst du zuvor? Äh, bin ich zuvor... Hat er... Schmeckt immer. Äh, Wagi mache jetzt eigentlich morgen Abend was? Ja, ja, hab ich schon verstanden. Ich kann ab 8 vielleicht. Ab 8? Ja. Ist das ok für mich? Munich? Ja. Äh, ist klar. Ne, ähm, bei mir passt es. Bei dir dann, oder was? Bei uns vermutlich dann, ja. Ja, gut. Ich glaube, das habe ich jetzt zumindest nicht verstanden. Ja, das ist gut. Ich freue mich sehr. Was? Oh, äh, Kopfkirch, Kopfkirch ist ja hier. Ich kann mir vorstellen, dass wie der cringe wird. Ja. Ich irgendwie auch, aber... Ist jetzt schon. Ja, das wäre witzig. Ich finde es witzig, cringe Situation. Also, was sind jetzt hier die Steps? Äh, wie sieht das Kopfkirch weg? Warum ist hier? Warum ist hier? Warum ist hier? Es ist bloß nur der Medaillenkreis da. Ja. Hier ist Gegner. Hier ist Gegner. Wo ist er denn? Ist da? Hat wer von euch mein, mein Board? Ich hab dein Board, ja. Ah, ok. Ja, ist gut. Wo sind die? Ah, da ist ein Loot Drop. Und die haben wahrscheinlich wieder wen zurückgeholt. Ah, da vorne. Da vorne. Läuft einer. Zur Tanke. Der hat keinen Swiper. Ich auch nicht. Wo sind die? Ah, jetzt müssen wir aufpassen, dass die von, die gerade wegen Coldarm nicht wiederkommen. Die hinter uns. Ah, da unten läuft der. Da unten läuft der. Da unten läuft der. Der ist One Shot. Ja, ich hab vier vollautomatische gemacht und dann habe ich keine vollautomatischen mehr drauf. Ich hätte einen Einzelschuss machen müssen, dass ich den letzten mache. Sorry. Schüsse irgendwo da. Aber ich glaube, ich würde zuerst die, ja schau, die kommen jetzt von hinter uns, die den zurückgeholt haben. Marvin, wo? Oh, mach mal. Ah, da unten drin. Da. Da. War eigentlich nur auf der anderen Seite. Wir sind auf dem anderen Berg, haben wir mehr, gell? Wir haben jetzt die Tankstelle und der Fabian, hm? Ja. Der snipe hierher. Digga, alles. Ah, wer trifft? Ich lauf gerade los. Ich hab halt keinen Snip. Komm, wir wollen mal rüberfahren, Fabi. Okay. Ach, Digga, ich hab die Medaille noch. Haben wir, haben wir. Haben wir. Hat wer einen Biggie? Geht mal hin. Hier sitzt das Auto, gell? Geht nicht schneller. Da vorne, da vorne ist er. 36er. Ah, das ist ein South Edel übrigens. Äh, Zone, 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 Zone. Lass mal hier, lass mal hier schon. Oha. Von wo? Von wo überall? Oha. 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 Die hau ab. Hau ganz schnell ab. Ja. Oha. 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 Das musst du jetzt machen. Marvin hinter dir. Nein, ihr wirft doch Granaten. Oh, das ist wichtig. Ja, die wartet, das tun ja auch schon. Sprint doch, du Hund! Ums Arschlecken. Ums Arschlecken. Ums Arschlecken. Ums Arschlecken! Oha, Digga. Oha, Digga. War das knapp. War das knapp. So. Ah, da läuft noch an der Zone entlang. An der Zone entlang. An der Drücke. Nein. Ah, noch Steps. Nach anderen Steps. Ui. Ah, Digga. Der hat mich direkt... In Brücke. Brücke kommt noch her. Marvin rechts. Ja, krieg ich wieder in deine scheiß Zone zurück, der Wechsel. Hinterm Baum dürfte noch welches sein. Oha, das sind Healings, ja. Da gibt's Medikits auch, gell? Ja, ja, ich weiß schon. Das krieg ich bloß immer nicht so gut. Wo sind die? Ah, da. Wer der verarztet, Lul? Ich kann's ruhig da heilen lassen, ne? Ach, Leute. Warte mal. Super. Ich weiß gar nicht, dass das instant geht. Noch Salz dafür. Achtung, wie es kommt da draus, gell? Ja, ja. Weil hier ist eine... Fühlt in der MP. Jetzt gehör du MP, Scheiße. Schaffen wir das noch? Ja. Hatten wir ja hier längst. Eigentlich noch... ...vermögen... ...vermögen wir sind. Schönen wir die Sonas auch, gell? Da kannst... Mati, da kannst du mit dem Auto wieder rauskommen. Dann müssen wir mit dem Auto rumliegen. Ja. Da rumstehen. Ja. Ja. Danke, Matias. Bitte, bitte. Das Medi hast du mir so gemacht. Haben zwei zu mir. Ich mach jetzt auf. Was machst du denn? Ah, ich bräuchte Medi. Geht jetzt nicht auf. Ding? Nee, es muss... Ich muss, glaube ich, vielleicht. ...zaube. Wie ist es? Ich kann sie wegnehmen. Ah ja. Ich habe es wieder betont. Oh, ich habe schon gesehen. Ach, tja, da ist wieder... Ehhhhhhh... Geschützt liegt hier drauf. Warte, eh schon wer geschützt. Äh, hier. Ach, das ist... ok. Oh, bin ja wieder dabei quasi. Das ist immer was Neues. So. Hast du ja gesehen, wo ein bisschen Zeug liegt, oder? Nee, grad gar nicht tatsächlich. Oben? Wenn man hier reinkommt. Zehn Leib bloß noch. Fünf Teams! Hä? Also es kann eigentlich gar kein Full Team mehr sein. Hat jemand einen Medi oder irgendeinen Green? Nein. Oje, du bist ja richtig Low. Äh... Ja, lass mal, lass mal ja auf Zone schauen. Oben, oben sind sowieso eigentlich immer noch Fässer irgendwo. Wo, Maxi, wo lag's ungefähr noch bisschen was? Da. Ich kann dir eine Blaue geben. Frage, mal her. Sorry. Äh, das ist ja link. Opa. Alles. Ich geh mal einfach Zone kurz mal, ne? Das wird sich dann entscheiden. Von Railways kommen welche. Bin noch kurz am See und... Oh, da ist schon wer im Berg oben. Hier schießt auf jeden Fall schon wer. Mach geh mal. Ja. Du bist so weit weg. Ja. Da, da, hinter... Hinter Rot auf jeden Fall. Mach die wieder on a lonely mission hier. Hier wär noch, ähm... Green Life, also... Oh, hier 70 wer? Boys, hier 70 wer zu euch runter, glaub ich. Jetzt glaubts auch noch, gell. Ja, aber lass sie jetzt die Salate nehmen. Da, die schießen auf euch. Die schießen auf euch, wisst ihr. Die schießen auf... Ach... Mein Cloud, aber also okay. Naja, hallo, es wird auf. Digga, wie schlecht bin ich? Wie schlecht bin ich? Drei vielleicht wahrscheinlich. Wo schießt du denn? Ohne tauschen oder was? Ne, das war ein Gegner. Okay. das war der bord da ja lass mal irgendwo safe ich weiß gerade nicht wo wir hin sollen ich bin fast da nein da ist er ich seh ihn hinterm Baum der ist One Shot ich sag es ist der ist One Shot ja der war nicht One Shot ja ok dann aber jetzt er geht genau auf falsche Seite komm jetzt kill den einfach jetzt kill der uns ich fettfingern über ein Stück weil ich erst mal ich mache was los ich check dieses dreckspiel macht die jetzt wohl stehen martipuschen bitte um holen wer hat dieses der hat dieses komische er sich seine mutter hat dieses komische schlag ja ich wusste es kommt ja von beiden seiten halt was war das für bombe mehr der mann stand gedrückt ja aber mit dem starb anschein war ich habe ich habe nicht mal gesehen er hat sich erst mit den übrigen gekommen oder mit